Warum kann ich nicht meine eigene Erwerbsminderungsrente als Teilrente wählen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de. Dort steht sinngemäß geschrieben, ja die Altersrentner können ja eine Teilrente frei wählen. Warum kann ich das nicht? Ich beziehe eine volle Erwerbsminderungsrente und ich möchte ganz gerne einfach einen höheren Hinzuverdienst haben, also einen höheren Hinzuverdienst haben und würde ganz gerne meine Erwerbsminderungsrente als Teilrente frei wählen. Meine Damen und Herren, die Antwort ist relativ einfach, deswegen ist dieses Video auch ganz ganz kurz. § 42 SGB VI, Sozialgesetzbuch Nr. 6, gesetzliches Rentenrecht gilt grundsätzlich nur für Altersrenten. Das heißt also, dass dort für den Versicherten gesetzlich vorgeschriebene oder mögliche Wahlrecht zwischen einer Voll- oder Teilrente gilt grundsätzlich nur für alle Arten der Altersrenten. Für Erwerbsminderungsrenten ist dies nicht vorgesehen. Es gibt auch andere Arten von Altersrenten, bei denen das Wahlrecht, Teilrente und Vollrente auch nicht möglich ist. Aber das sind Altersrenten, die schon weit vor 2023 irgendwann mal vor diesem Zeitpunkt als Regelaltersrente gewährt worden sind. Also im Grundsatz merken Sie sich bitte, Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner, Sie können Ihre EM-Renten nicht als Teilrente frei wählen. Das ist gesetzlich nicht möglich. Bitte nicht verwechseln mit der Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Das hat mit der Teilrente nach § 42 SGB VI nichts zu tun. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.